Ich gehe einmal rauchen, ich komme gleich wieder. Ich gehe einmal rauchen, ich gehe einmal rauchen. Ich gehe einmal rauchen, ich gehe einmal rauchen, ich gehe einmal rauchen. 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 Ich gehe einmal rauchen. Ich gehe einmal rauchen, 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 ich gehe einmal rauchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, bin wieder da. Ich hoffe, jetzt geht das Spiel wieder starten. Ich habe die Cyber-Hauptgabe. Sehr geil. Ja, das ist ein Kinderspiel angelegt. Das war sehr einfach. Ja, das ist ein Kinderspiel. Ja, das ist ein Kinderspiel. Das Spiel war aufgestürzt. Das ist ein Kinderspiel. Das ist ein Kinderspiel. Oh, gucken wir mal. Ich schnisch das andere, wie hier. Deja, was macht's schon wieder von der Pisslobby hier, alter. Ah, sehr schön, jetzt habe ich später mal ein Visier. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das war's für heute. 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 Die Zeit wird, aber das war's für heute. Die Zeit wird über heute. Der ist durch heute und nicht ganz jung gekommen zu schicken. Verwündete Drohne online. Ja, nee. Wie? Junge. Ist jetzt im Jenseits. Ist doch die Striker, gell, mit den Bauplanen, aber habe ich nicht bekommen. Ich sehe gerade, ich sehe die Munition und alles auch gerade. Das ist, das ist, wenn du Team Deathmatch machst. Also ich bin gerade Team Deathmatch drin, ich sehe alles, außer meine Karte. Bei mir steht Munz nicht. Bei mir ist alles aus. Das sind extremen Hardmodus an. Wechsel Magazin. Magazin wechseln. Das von Prime habe ich bekommen, aber das von den Drops habe ich nicht bekommen. Warte mal, hör mal. Hast du dann bei deiner Historik die Drops bekommen? Ja, ja. Ich habe es alle abgeholt hier. Ja, da sehe ich auch noch einen Bauplan von der OMP, also von der Striker, nicht mal die habe ich. Was? Ich habe voll auf so ein Schild geschossen. Kann man sehen, wo man sich angemeldet ist bei diesen Drops? Heiße. Ja, ich gehe schon. Du musst auch auf diese Drops drücken und dann kannst du gucken, wo du was freigeschaltet hast. Naja, im Winter abgeholt stehst du da. Ach der Geil, ich war letzter Kill, mann. Dafür habe ich die meisten Kill zu ihr hässlichen Hurensöhne. Als ob ich daneben geschossen hätte. Du bist ein Hurensohn mit deinem Raketenwerk. Du bist ein Hurensohn mit deinem Raketenwerk. Ich war los, da bin ich eigentlich auch verworben. Also ich habe, wenn ich auf meine Drops gehe, alle Kampagnen. Ne Quatsch, Inventar. COD habe ich mit Lallebildschirm, Charme, Weapon, Venil, Launchpad, manche alles. Nee. Du kannst ja bei Daylight noch verknüpfen. Und dann, äh, Dangerful, U-Print, Let's Fight, Venil, Killfeed, Weapon, Charme, Desk, Decor, Lowling, Stream. Hey Mona, wie geht's? Welche Waffe das ist? Ich gucke mal. Das ist einmal die WooStriker und einmal Ding. Äh, das ist, glaube ich, die ACR. Die ASP-SHAB. Statt. TZ762, glaube ich, ist das. Was? Ich habe heute fünf Diamanten bekommen. Von wem? Na, ich bin jetzt was dir komplett miteinander. Wer hat mir fünf Diamanten gegönnt? Chaos Queen, was du das mit den fünf Diamanten? Was nicht? Na, ich nicht. Ne, du nicht. Das weiß ich. Ah ja, stimmt. Sie war das. Danke. Ach. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Wir haben die Führung überlebt. Wir haben die Führung übernommen. Nimm das denn. ihn war auch so ein scheiß italien um die ecke ich gehe mal ich gehe mal wo ich Skins drauf habe dann hockt schon wieder der Italiener um die Ecke und zeigte ich die schlaufen gesehen der nächste verrückt ich habe den Mistkerl ausgeschaltet ich habe skelette gekält so nicht mein junge Ich bin fertig, ich muss streamen. Aus der Welt kannst du wirklich an den Schatten kommen, an den Discord. Da kommt Skeletta wieder um die Ecke. Ach, stimmt, der Konzert rüber. Wir haben die Führung verloren. Die Schasse Moskitos. Ja, natürlich nimmt er mich. Äh, da gammelt keiner mehr. Ah, da gammelt der Arina. Ja, du, du bist ja nicht mehr am Konzert. Okay. Oh, der war schön. Der Kill war schön. Ii, doch, äh, du gehst los shoppannen. Wir werden schwer getroffen. Ja. 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 die drücken die als erstes stimmt das matter erzählt so ein spiel aus wirklich der wert stammt Jetzt hört, dass wir uns mal selber leeren bei der Busse gut Nein, ich habe ihn nicht gesehen Ah, ja Ich werde beschossen Ich fährst, wo wirst du scheiß, du kleiner Pisser Schon das gesinnt Ja, weg mit dir Genau, ich habe den Brenner ausgeschaltet Ja Verbündete Drollenden Einsatz Ja Wechsel Magazin Oh, wie süß Oh, wie süß Und weg Stehe unter direktem Beschuss Natürlich von hinten Man Man, das soll nicht so oft auf die Schad gucken So So Schieß nochmal auf mich und du bist tot Dann killt mich mein eigener Team, ey Sehr schön Ja Ja, wir sind nochmal drei Zuschauer Gehen wir schon Panne gegangen Ich bin schon Panne gegangen So, es wäre doch nachher Abschluss besteht Sch- 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 Schaust du mir nicht, äh, Max Das soll nach Lopas ich finde es nicht gesehen ich muss mir Brüder kaufen FF aktiv Ja das ist friendly fire und das ist Hardcore, dafür können wir uns T-Mate aufscheißen. Ah easy. Ja come on, wie scheiß schweißen ist. Verbündete Irosulbomben im Anflug. Bestätigt. Ähm, nö, Tadelskei falls du frei bist. Verbündete Irosulbomber eingesetzt. Verbündete Irosulbomber. Verbündete Irosulbomber. Ah, das ist die Teubel, wo wir gerade sind. Hm. Uh. Scheiß. Kann ich zucken. Hm. Granate. Hinter dir. Granate ist raus. Ah, kürzerfutter seid. Da kommt eine Betreuung auf Granate. Kontakt. Ah, hören du so. Ja, ist die Kronka vor. Dann nicht wen zu hochten. Selva steht also ich momentan ein bisschen... Misch kolmeier muss man da bist. Wo ist hier bist du so unter den Kronk geschrieben? Habt den Mistkerl ausgeschaltet. Ah, fuck off. Schönecke. Na, da kriege ich den Ne. Erste vier Muls. Ja, das ist jetzt. Schönecke. Ich bin da. 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 Nein. Sie wurden konsumentiert. Sie sind gescheitert. Eine Dixie rum. Just do it! Make your dreams come true! Du Salva, die Token, die du bei dem Battle Pass hast, kannst du die auch mitnehmen in den nächsten Battle Pass oder musst du die ausgeben? Nein, 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 die kannst du auch nicht. Das wäre ja schön, wenn man die mitnehmen könnte. Ja. Das heißt, ich muss die ausgeben noch. Nein, nein, die kannst du mitnehmen. Ah, kann ich sie mitnehmen? Natürlich, ja, ja. Natürlich kannst du die mitnehmen. Ich habe mir jetzt den Bombskin freigeschaltet. Ja, ich kann gar nicht leveln, wenn ich die ganze Zeit sch- Ja. Mein Schatz vergnügt sich mit den Sound Alerts. Mist, da habe ich jemand laufen sehen. Ja. War mir klar, dass der Gegendvorruf wieder kommt. Nein. Oh, weg. Weg. Weg mit den Vieh schon. Der Gegner hat mich gerettet vor seinem eigenen Teammate. Der hat ihn erschossen. Weg mit den Eindruck. Weg mit den Eindruck. Oh, das passt. und dann kommt einer von hinten und da kommt schon wieder von hinten was läuft ich hab dich gesehen jungs es ist hardcore kommt nicht zu viel um die ecke bitte weg mit dem baum ich bin auch weg das kann ich oder du siehst ein gegner und du checkst es nicht obwohl du auf dem gegner drauf mit mit m drücken Mann, bin ich zu dumm? Ja, ich bin zu dumm zu treffen. So, weg mit dir. Oh, ich glaube, der Baum hat kein Glück mit mir. Ich treffe jedes Mal den Baum. Boah, alles klar. Wo hängt der denn drauf? Ich habe den Baum wieder erwischt. Verstanden. Drohne kreisen über Einsatz gewesen. Aufklärung online. Versündete Aerosolbomben im Anflug. Phil, was war der? Ach, was war der? An der Amapission, der Maester war Nervousie, der Maester schief. Schuss nachgeladen. Drohne hat keinen Kreiber stetig. Kontradrohne blockt sich. Brädi, brädi! Pint! Sündete Vorräte sind überzeugt. Mensch. stirbt. Ich bin gerade auf der selben Map, ich spiele SNZ und du spielst Kindersmatch oder sowas. Wooo, Shapiri! Er hat keine Eier mehr. Und Jungs, das ist mein Spot, verpisst euch. Sie sehen, dass ich hier Kills mache, kommen die mich jetzt stören hier. Oh, es nervt mich mal, dass ich die Dinge nicht bekommen habe. Das ist schwarz oder was? Die Dinger und was? Und dann sterbe ich. Nur weil die Bündler der Ball gibt. Aber in meinem Bündler ist da nichts drin. Ich habe auch schon geguckt, ich habe jede Waffe durchgeguckt. Also ich habe so einen Skin nicht. Keine Ahnung, also den aktuellen, das habe ich gekriegt, aber den anderen nicht. Me3. Ich habe auch meine Skins von Monstern noch nicht erhalten. Ich habe aber zum Beispiel ein Ding bekommen. Das Rotkäppchen-Paket. Das habe ich auch gekriegt. Aber das andere habe ich nicht bekommen. Von Twitch. Das aktuelle jetzt. Ja, gerade eben. Auf Twitch habe ich nicht bekommen. Dieses Lounge-Weapon-Blueprint. Ja, genau. Das habe ich nicht bekommen. Das müsstest du haben, weil das habe ich ja vorhin gesagt. Das ist von der BASB, also BASB, Kampfgewehre, das erste gleich, das heißt Drecksratte. Das habe ich ja schon mal nach. Ich schaue jetzt noch mal nach. Hm, hm, hm. Kampfgewehre und dann die BASB, neben Sidewinder. Da habe ich Drecksratte. Da habe ich nur eins Gin für die. Eine Scheißritte, Kampfgewehre. Okay, Drecksratte. Die hatte ich doch davor auch. Was sag ich schon? Und da gibt es ja noch die Stryker. Die Stryker fehlt eigentlich auch noch. Weiß ich jetzt nicht. Ja, auch von der Stryker. Oh nee, jetzt habe ich die Waffe weggemacht. Och scheiß. Welche Waffe hattest du vorhin gesagt? Welche soll ich nehmen? Die Bass B, ne? Äh, warte. Welche war das? Ganz gewerdet ist ja das. Ja genau, Bass B. Die ist übertrieben überpowered. Die ist einfach zu hart, die muss genervt werden nach meiner Meinung. Jetzt sind die da für nochmal die Dings durchgegeben. Die Laulout? Ja, ich krieg dir meine. Also... Ja, das war eine gute Route. Da brauchst du keinen Griff. Ich hab den Visier drin, den MK3 Reflektor habe ich drin. Dann habe ich den... Hast du den schon auf Max erwischt? Nee, ich hab 13. Nee, irgendeine Waffe war das von... Ah, du meinst du die? Okay, das war die amerikanische Gothic, ja? Die Arme R9, weise. Die MK. Warte mal. Ach so, nee. Dann habe ich gerade eine andere Waffe gespielt. Ich hab' ich nicht mehr ein gespielt, ey. Hab' ich die Bass B gespielt? Ja, wo wir zusammengespielt haben, das war die Arme R9. Ich hab' nur noch gelevelt. Ich schau' auf mein Bombskin herz. Ich hab' auch mit den Angriff- und Angriff- und Angriff- und Angriff. mal der baum skin ist das cortex oder spektrum welcher fraktion ist der baum skin das ist unter f11 ach so die operatoren meinst du ja die diese von der speck also von den lusten also die heißt nova nova ist in der vierten reihe die zweite hier ist sie hier sehr schön dann habe ich ihn mir fehlt noch die sackhaar dann habe ich das genau das ist überhaupt noch machen hier ich glaube ich den dingen so und eine stunde 50 was mich hat nervt ist dass die Prozent Token in erste Zeit laufen und nicht in spielte ich muss nur noch dreimal taktik einstieg machen aber dafür muss ich 45 werden also noch zwei level zu machen das lohnt sich ja nicht weil das wird das an demnächst zurückgesetzt um zwei uhr ja ich habe ne bei mir steht hier vier stunden werden die täglichen zurück jetzt als vier stunden und 28 minuten guck in meinen stream hast du das mitbekommen dass one piece jetzt früher startet als wie sonst wie meinst du früher startet also man konnte one piece ab 6 uhr nachmittags anschauen ja sonntag jetzt kannst du um drei uhr in der frühe drei stunden aber wir haben nach meiner meinung vor dem fetten fehler gemacht auch mal die hätten das spiel also mb3 sollte mb2 sein mb3 sollte genauso sei wie mb3 damals ok ich glaube ich bin in der halbwärter noch größer gewesen wieso stirbt er nicht ich bin doch hardcore oder nein wieso bin ich jetzt wieder du bist auf stein spiegel gegangen ja ok das war weil ich einmal rausgehen nicht so wenig ab alles ja holl das war da da Teeigaa Oh nein Ich würde schon gerne deine Leute spielen wollen, ey, so gerne. Boah, absolut totfertig, so scheiß geäumt. Scheiß doch mal. Oh, kleiner Lappen. Nein. Ich bin geblendet, komm, zeig deine rüber. Wie Pokémon 1 in 1. Nein, ich meine im COD. Im Call of Duty. Ihr habt's nicht, Call of Duty. Hat der nicht? Nee. Schade. Glaub mir, wenn er das spielt, wird er zum einen anderen Mann. Hm. Warum zeigte ich? Ja, ne, man lernt es. Hä? Wie? 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 Es bezieht es jetzt auf dem Alter. Ich bin auch ein Altersack. Es bezieht es auf dem Alter. Man ist nie zur Haltung zu zockern. Digger, will der Typ mich verarschen oder was? Mein größter Breh. Ja, stimmt. Aber es hat ja nichts damit zu tun. Wie sagt man immer so schön? Der ältere Bruder hat mehr Skill, oder? Also großer Bruder, zeig mal deinen Skill. Macht ja nichts damit zu tun. Guten Abend. Nee, CSGO ist nicht so mein. Ich kann ja auch PC nicht spielen. Und das Spiel tut sich halt quasi... ist halt gerade auf dein Level. Ja, 1,6. No Steam damals. Ja, das waren noch Zeiten. Ja, wie gesagt, die sind halt auf deinem Level. Schau Beppo an, ey. Schau. Der hat so geile Lobbys, aber guck mal meine Lobby an. Weißt du, wie es da abgeht? Man, ich bin zu dumm, um zu treffen. Man, ich bin zu dumm, um zu treffen. Das hat ja dieses SBMB, oder wie es noch heißt. SBM, ähm... Ja, genau. Steh einfach neben mir auf einmal. Das haben sie da richtig scheiße gemacht. Ja, das haben wir... Ich sage, es war erst beim M. Gips, aber das ist kompletter Müll. Das gibt's. Dann kommst du in den Lobbys rein, wo die übelstens Schwitzer sind, weißt du, dann verlierst du ein paar Runden, kommst du wieder in deine Neffen Lobby rein, und dann gewinnst du zwei, drei Runden, dann freust du dich, dann kommst du wieder in die Schwitzer Lobbys rein. Das ist kompletter Blödsinn. Hey, dann freu ich mich schon auf X-Defended. Dann hab ich die Beta gezogen, das ist nicht so geil. Oder Overwatch, ja, das hab ich hier gerne gespielt. Wollen wir mal gehen? Oh, Pappo, Alter. Jetzt schilt einfach Seppoun, du willst da oben? Ja, ich schil mein Leben hier oben. Pappo, ich möchte jetzt eine Atombombe sehen, auf Ansage. Ich glaube nicht, mein Heli läuft gerade oben warm. Warum? der leuchtet sich warm und du läufst kalt, oder? ja wer ist? natürlich der Franzose vertrau mir Kim, vertrau mir spiel es einmal ich glaub mir mit der Zeit zu der Pro aller Pro hält man den Finger oben, wird man dich logen Shift Pin spiel Call of Duty wenn Blizzard wieder gut wird also nie die sehen mich so schnell gar keine Chance irgendwas zu machen 70 euro bist du geizig wenn game aber 70 euro für für karten auszugeben bist du den nicht geizig ein bisschen stück papier da hier ist schon wieder so einer hat schon zehn kates ich habe null hier mal wieder in die hartkoll lobby gut ich habe auch mal einen kompletten pokémon set voll die neuen generation also die 151 muss mir jetzt nur noch ein bilderraum besorgen und der bruder da musst du glück haben die neue kollektion habe ich voll hatte sie so mitbekommen mit der pokémon karte in in den niederlanden da gab es ja eine spezial edition von von gogh mit pikachu war das mit dem museum die pikachu übels eskaliert ja und die die karte war umsonst und äh die dinger werten herzungen zwischen 150 und 300 der verkauft ja ja aber wir müssen auch einen guten zustand sein da musst du sie noch bewerten lassen wenn sie keine zählen sind da hat er liegt da einer neben dem hat das macht ja kein bock mehr man das wäre ich auch noch vom mail abgeschossen dann hockt er da oben scheiße ja aber nie so gut wie den 9,5 oder eine 10 ich habe noch eine atombombe die flue haben wir nein ich mache nicht noch mal 45 minuten ich bin langsam drin halt ich werde so richtig warm mit der sniper ich habe jeden schuss ein treffer die treffen bei mir auch gefühlt jeden einzelnen kackschuss ich mache den meister wenn er es jeden tag macht oder weiter Macht glaube ich Rekord. Und das war's. 1,55er. Hätte ich nichts gesagt. 1,55er. Mein steht mir noch nicht im Weg, ihr hässlichen Bots, alter. Ach, Alter, ja, diese Loggi, alter. Ich bringe mein Kontrollerschnull durchbrechen. Gibt's auch nicht. Nee, du scheiß von zu Hause. Wir haben die Führung verloren. Gut nach, Kim, schlaf gut. Ja, schau mal, ich wünsche dir viel Erfolg. Wirscht. Wirscht, wirscht nur, Kim. Nee, schwa drauf. Melsen. Dieser scheiß Franzose, der geht mir so auf die Nerven. Nee. Wir haben uns die Führung gesichert. Was ist das? Ja, wie sie alle Favela spielen wollen, ey. Ich bin auch auf der Favela-Map. Ah, jetzt muss ich wieder Hades machen. Ah, Junge. Das macht schon mega Spaß. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist schon mal kein Gegner. Ja, wenn ich jetzt wirklich einen 100er Abschuss sehe, dann bin ich gegen. Oh, Junge. Legt euch doch nicht hin wie Schlumpen. Ich bin bei dir. Du scheiß Franzose. Wir haben die Führung übernommen. Marke gesichert. Abschluss besteht verbündete Drohne online. Ach, Digga. Favela ist einfach so dreckig fürs Campen. Magazinwechsel. Wir haben uns die Führung gesichert. Hinter dir. Digga. Wie der da in der Ecke hängt er das auch noch. Wie ranzig wird so spielen? Er ja. Ah. Hm. Geht's auch, Alter. Das war's. Junge klau mir nicht den kill ich brauche jetzt schon ich habe die führung verloren so mein baum ist mir weh ich fressen besen die letzte minute Okay. ist ja 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 mit Raketen weißt du was du noch freischalten kannst Pippo? was? die Ninja Sterne aber da musst du 50 kills 50 kills mit dem Wurfmesser machen wow easy hab ich das Wurfmesser schon frei oder ist das hier? ah hier ich mach das Wurfmesser rein wenn du 50 davon tötest kriegst du die Ninja Sterne geil mach ich ich schliebeuge dich das Wurfmesser also von den 5 von den willst du das für mich machen in meiner Lobby? brauchst du das Pippo? ich wär der übelste Camper ich sag's dir ich kann campen ja glaub ihr ich hab ne eiserne Geduld dazu ich hab kein Problem ein ganzes Mädchen in der Ecke zu sitzen taktisches Warten ja ja ah du kleine Lobby du kleine Lobby hab ein ich spiel so wunderschön clean hier wenn du einmal online gehst klickst du eine Klatsche von einer von uns ne NO Ja, beide nehmisch. ... ... ... ... ... Scheiße, ich sollte noben bleiben. Scheiße, ich habe es noch gehört. Junge, wieso stellst du dich so vor mir? Unmöglich, ich war voll auf dem drauf. Unmöglich, ich war voll auf dem Weg. 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 Unmöglich. Unmöglich, ich war voll auf dem Weg. 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 Ich hab mir einen Steine-Headshot verpasst Mann, das macht doch einfach kein Spaß mehr, alter Mann, das ist in Führung gegangen Sie feuern auf mich Das wäre beinahe mein Tod gewesen Wechsel im Magazin Oh ja, dann schmackst du zippen, Alter Alter, schloss dir mal an, Alter 1.080er Du scheiß teammate, was killst du mich? Ich glaub, es wird Zeit zum Schlafen geben Was sagt sie? Ja, sobald ich schlafe 45 bin Ist das so wichtig? Ich möchte die Sniper haben für heute Naja, ich bin ja schon 44 Und die Mission ist eigentlich sehr einfach Ich muss einfach nur dreimal Den, äh, wieder, äh, weißt du den Wiesbomben Ja, Taktikanstieg Bedrohung in dem Gebiet Das sind Level bist du jetzt, Marcel? Witzig Ich mache keine Kates, ich sterbe ja nur Also kann ich auch nicht leveln Ich kriege hier nur die Bullshit-Lobbys Gefühlt alle mit diesen hässlichen Granatwäfer Nervt so hart das Teil Können halt nicht mit anderen Waffen spielen Ja, die machen es wahrscheinlich auf dem Ding, Mann Ähm Auf Tarnung Zum Beispiel der Granatenwerfer Äh, der, der gibt's die einzige Tarnung nur Die ist nur Gold Musst du bis Level 6 pimpen Und dann auch sonst die Abschlüsse machen Dann hast du die auf Gold Man, das macht doch einfach keinen Bock mehr, Mann, ey Ich geh auch danach pennen Gar keinen Bock mehr Du bist morgen zu Hause, Marcel, oder? No Ich bin morgen zu Hause, Mann, zwei, drei, oder so Ich hab jetzt hier Verpüßt jetzt ohne in meinen Sack Ah, die habe nicht gewacht Abschluss bestätigt. Nee, ich weiß nicht, ob ich jetzt so einen Kopf zu treffen. Ja, ich muss ja mit der DMR 50 Hades machen. Die kriegst du nur gezählt, wenn du das bestimmte Level erreicht hast, oder? Ja, aber ich habe schon das Level 13. Ja, Hades. Und ich habe fast die Hälfte schon erreicht. Kriegst du auch eine Visitenkarte, wenn du jemanden tötest mit einer zurückgeworfene Granate? Ich habe mir gedacht, was für Herausforderungen ich da noch machen muss. Schönen guten Morgen! Was wir taten, Mann! Marke gesichert. Abschluss bestätigt. Egal Jungs, ich wünsch euch mal was. Ja, gleichfalls. Alles gleich hin. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschüss. Verbündete Drohne online. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Ah, ich wusste es. War mir klar. Ziele im Blick. Wechsel Magazin hinter mir. Ah, da kam die von hinten wieder. Vision kompromisiert. Wir sind gescheitert. Wir sehen uns weiter. Oh, meinst du eigentlich? Jaaa Level 45 Da muss ich jetzt Faktiker entstieg genau So dann muss ich nur noch das machen und dann habe ich meine Sniper und Kampanen gehen Endlich mal ne Runde gewonnen Wow wie viel Hatties muss ich noch mit meiner Waffe machen Uh fast die Hälfte bin ich 21 von 50 Das muss ich mit jeder Scheiß der mehr macht So Beppo Ich verpässe mich aber auch Okay Wir hören uns dann morgen Jo mach's gut Jo Viel Spaß denn auch Tschüss 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 Nee du Wichser Natürlich scheiß Franzose Feindliche Drohne aktiv Bin hinter dir Kumpel Setz dich du Spaten Nächstens wieder ein Schuss Verbündete Drohne online Feind in Einsatz gesetzt Das war jetzt knapp Aua Der Feind setzt seine Motive ein Was? Okay Ja Okay So Dann auch einen Watt Okay Okay. Du brauchst mal noch den Duellmatch. Verbündete Drohne online. Als ob der Schoss aus rausgegangen. Wir fangen zurück, in Bewegung. Feindliche Moskito online. Auge um Auge. Scheiße. Egal. Hatte E. Hatte Eos. Hatte E. Ich bin bei dir. Perfekt. Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Drohne. Scheiße. Ob er hatte. Ich könnte nur noch einen Hatschatschop. Jaaaa. So kicked mein an's Maul. Komm komm. Ich verstehe nicht. Das hat mich einstieg also. Komm. Leuchtsignal ist raus. Einstiegspunkt gesetzt. Ich vergiss das. Verbündete Drohne im Einsatz. Du legst dich nicht nochmal mit meinen Freunden an. Feindliche Drohne aktiv. Neee. Bereitser du. Du. Scheiße. Das muss noch einmal schmacken. Ich bin ja auch groß. Schmacken. Nein, wir gehen mal mit dem. Oh, bald halschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah, and here's the drummop. What? Here's the shells. Gifts out to camp. Yeah, honey. Yeah. 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 Noch ein HD Achtung, Drohne verlässt das Einsatzgebiet Neeeeee, wenn ich jetzt ja wusste, was du stuhl wär Also Jaaaa Jaaaa, der kommt schon um Oh, HD Boah, wie heftig Fischkamp und so Ah, was lief Fischkamp Fischkamp und so Jaaaa Okay. Die Drohne im Einsatz. Ich spawne einen Stier eventuell. Ich spawne einen Stier. 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 Feuerfreigabe erteilt! Wir haben uns die Führung gesichert! Hä? Brauche Heilung! Ich verspreide es aber im Kurs. Lade nach! Heut dem Einsatzgebiet! authorities Verbündete Drohne im Einsatz! Scharfschütze ausgeschaltet! Signal platziert! Einstiegspunkt markiert! Wechsle das Magazin! Verbündete Drohne online! Setz dich, du Spaten! Fordere Aufklärungsüberflug an! Und greif über Einsatzgebiet! Achtung! Drohne verlässt das Einsatzgebiet! So macht man Hackfressen! Ja, bitte! Grundfadrone! So macht man Hackfressen! Ja, bitte! Grundfadrone! Weitere Aufklärung! Ziel am Boden! Einen abgemurkst! Treibstoff der Konterdrohne verbraucht! Zurück zur Basis! Verbündete Drohne im Einsatz! Ach, schritt! Die Hälfte der Missionshörer ist vorbei! Haltet die Führer! Ach! Was ist das? Du legst dich nicht nochmal mit meinen Freunden an! Leuchtsignal ist raus. Einstiegspunkt gesetzt. Einstiegspunkt gesetzt. Einstiegspunkt gesetzt. Verbündete Drohne online. Granate geworfen. Auf Aktivitätsdaten. Ah, fuck off. Ist schon noch gezielt, du. Ich geb dir Rückendeckung. Not hier, ich kann zifferen. Nein. Den Penner hab ich ausgeschaltet. Wechsle Magazin. Granate! Wechsle! 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 Kmention erfolgreich abgeschlossen! Okay. Ja, das ist vielleicht nicht. Aber dann ... Ich habe noch eine Schöne. Ich möchte es mal nicht machen. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Einer der Meisterungskracht. So, dann machen wir morgen weiter. Heute reicht es. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis in ein paar Stunden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis in ein paar Stunden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis in ein paar Stunden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis in ein paar Stunden.